Und damit willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Ja, an sich sollte ja gestern schon der erste Part von dem Pikmin 4 Let's Play rauskommen, nur leider ist alles andere, also alles ein bisschen anders gekommen als gedacht. Erstmal kurz zum Hintergrund. Ich war ja, bin ja Samstag wieder nach Hause gekommen. Letzte Woche hatte ich mich schon eher kältet gehabt, hat so, glaube ich, Dienstag oder so angefangen, dass ich halt Halskratzen hatte, Schnupfen und so weiter und so fort. Ein Glück, alles im Rahmen. Darüber bin ich richtig doll glücklich, dass das alles gepasst hat. Allerdings hat es mich jetzt komplett umgeworfen. Also, Sonntag ging noch. Sonntag haben wir ja auch neu gestreamt. Und Montag fing es dann an, dass es mir richtig, richtig schlecht ging. Nächte nicht gut geschlafen. Und ja, ich bin jetzt so froh, dass ich generell dieses Infovideo aufnehmen kann. Gestern wäre es nicht möglich gewesen. Also gestern war ganz, ganz schlimm. Heute ist es auch noch, ja, nicht schön, sag ich mal. Aber es ist, sagen wir es mal so, ich glaube, ab jetzt kommt die Besserung, sag ich mal. Hoffe ich zumindest mal. Ja, was wird, was gibt es da für Änderungen, soll ich sehen? Einerseits natürlich das Pikmin 4 Let's Play. Das wird jetzt um ein paar Tage noch weiterhin verschoben bleiben. Ich habe zwar schon einen, einen Team Part aufgenommen am Montag. Ich glaube, Montag hatte ich sogar noch einen Part aufgenommen, bevor es mir dann richtig schlecht ging. Und ja, da wird es jetzt, weiß ich nicht, wann das Let's Play startet. Ich werde erst das Let's Play raushauen, wenn ich natürlich wieder fit bin und aufnehmen kann. Das heißt, es kann sein, dass der erste Part erst am Samstag oder so kommt. Gut möglich. Sagen wir es mal so, ich will es versuchen, bis spätestens Samstag, dass der erste Part rauskommt. Aktuell steht dann auch noch im Sendeplan, dass morgen der erste Part rauskommt. Aber das halte ich für unrealistisch. Das wird nicht klappen. Daher wahrscheinlich so Samstag der erste Part. Sonst Mario Kart 8 Deluxe. Der Boosterstreckenpass, der zweite Cup ist schon aufgenommen. Der kommt ganz normal am Freitag. Dann wahrscheinlich aber 14 Uhr statt 16 Uhr. Der Splatoon 3 Online Part, der eigentlich für Freitag angedacht war, fällt aus. Und zum Q&A Video auch noch mal ein paar Worte gesagt. Ich vermute mal, Q&A Video wird später kommen. Eigentlich wollte ich es am Sonntag raushauen. Weil Sonntag mein 8-jähriges Jubiläum ist, so gesehen. Also am Sonntag vor 8 Jahren. Da kam mein erstes Let's Play Video raus. Daher hat sich das eigentlich angeboten, dass ich zum Sonntag das Q&A Video mache. Ich bin aber aktuell nicht in der Lage, das aufzunehmen. Das heißt, ich hatte auch noch mal ein paar Tage länger für brauchen. Erstmal würde ich mich erstmal auskurieren. Erstmal wieder, dass ich wieder gesund werde. Und erst dann werde ich wieder normal aufnehmen. Kann natürlich auch sein, wenn das jetzt doch noch mal ein paar Tage länger dauert, als gedacht, dass erstmal ein paar Tage gar keine Videos kommen. Dann ist es halt so. Das kann ich dann auch nicht ändern. Ich weiß ja, dass ihr dafür Verständnis habt. Das weiß ich auf jeden Fall. Und von daher, genau. Bis morgen läuft noch das Super Mario Bros. 3 Let's Play. Da kommt morgen der letzte Part. Und ja, da seid ihr wenigstens da noch ein bisschen versorgt. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, also generell, dass jetzt seid ihr informiert. Und mal gucken, wann es mir dann wieder besser geht. Und aktuell aufnehmen ist bei mir einfach nicht drin. Ich bin die ganze Zeit nur am Husten. Jetzt mal drei Minuten nicht am Husten. Darüber bin ich mal sehr, sehr dolle froh. Aber sonst, ich bin aktuell wie ein, ja, weiß ich nicht, wie ein wandelnder Zombie. So fühlt sich das auf jeden Fall an. Aber okay. Ja, mal gucken. Ich halte euch auf den Laufenden. Bedeutet, wenn es was Neues gibt oder wenn, sagen wir es mal so, wenn es noch länger dauert, bis ich wieder aufnehmen kann, dann werde ich da nochmal ein Infovideo zu machen. Ganz einfach. Genau. Von daher, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Tschüss.